Leichter Körperkontakt ist erlaubt und ich meine leicht, Mr. Barnes. Kontakt mit dem Kopf ist nicht erlaubt. Jede Verletzung der Regeln führt zu einem Strafpunkt. Habt ihr verstanden? Also auf eure Linien. Seht in meine Richtung. Verbeugen. Seht euch an. Verbeugen. Ich sagte verbeugen. Kampfhaltung einnehmen. Assume. Ja, 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 ja. Halt, 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 halt. Zurück auf die Matte. Kampfhaltung. Und los. Ja, ja, ja. Halt. Zurück halt. Hallo, Daniel. Hallo, Mike Barnes. Ich sehe nur, wie das Schlitzauge guckt. Der ist fertig. Ein Punkt für Barnes für den Treffer. Freikampfhaltung. Assume. Hey, Danny Boy, wie geht's dem Familienschmuck, hm? Verschwinde hier, verschwinde. Zurück auf die Linien. Dieser unzulässige Tritt in den Unterleib kostet Barnes seinen ersten Punkt. LaRusso. Tritt in den Unterleib. Punktabzug. Es steht wieder 0 zu 0. Freikampfhaltung. Fertig. Herritschme. Sehr gut. Wahrnehm. Gut auf die Linien. Dieser Punkt geht an Barnes. Charl Close treffer. Sehr gut. Ein Punkt für Barnes heraus should. Auf eure Linien. Es steht 1 zu 0. Und fertig. Verwarnung für Mike Barnes, dadurch Punktabzug. Auf die Linie. Absichtlicher Kontakt am Kopf, Punktabzug. Es steht 0 zu 0. Freikampfhaltung, fertig. Auf die Linie, Verwarnung gegen Verlastung der Kampfer, los! Drei Kampferhaltung, fertig. Auf die Linie. Was hab ich dir gesagt? Na, Russo! Auf die Linie! Kein Punkt! Kein Punkt! Das ist wundervoll! Freikampfhaltung, fertig! Auseinander! Steh auf, du Scheiße! Oder hast du schon genug? Auf eure Linie. Es macht mir richtig Spaß. Auf eure Linie! Mehr Spaß, als ich gedacht habe. Ihr unsportliches Verhalten wird Mike Barnes ein Punkt entzogen. Der Punktgestand ist nun wieder 0 zu 0. Das Match dauert noch 15 Sekunden. Freikampfhaltung! Fertig! Azimit! Auseinander! Aus! Ende! Mit einem Ergebnis von 0 zu 0 ist die reguläre Kampfzeit beendet! Daniel Sun! Daniel Sun! Mr. Piaget, es ist vorbei! Es ist vorbei! Vergessen Sie es! Ich habe Angst! Lassen Sie uns einfach hier verschwinden! Nicht vergessen, was ich dir immer sage! Verlieren gegen Feind ist okay! Aber niemals verlieren gegen Angst! Aber ich habe Angst! Ich habe große Angst vor ihm! Was soll ich denn jetzt machen? Nein! Konzentrieren! Suchen! Fokus! Daniel Sun! Dein bestes Karate! Sein tief in dir! Jetzt Zeit zum Herauslassen! Kämpfen! Die Ruhe-Pausche ist beendet! Der erste Kämpfer, der in der Berlin-Ausbildung... Herr Klaus! Steh auf! Steh auf, LaRusso! Du bist eine 0! Dein spielzeugiger Leerer ist wertlos! Das ist Scheiße! Steh auf! Du bist kein Champion! Steh auf, Mann! Du stinkst, LaRusso! Ach, du stinkst, Mann! Und dein Karate-Lehrer ist ein Scheiß-Typ! Das ist kein Karate! Du bist ein Witz! Und dein Karate ist ein Witz! Dein Lehrer ist ein Stümpfer! Und du bist auch ein Stümpfer! Ich hab dich schon! Ja, ich hab dich, LaRusso! Wo ist dein kleiner Jax-Lehrer jetzt, ha? Der dir diesen ganzen Scheiß beibringt! Ja? Komm schon! Komm schon, LaRusso! Du bist ein Nix! Du bist bereits tot! Dein Kampfhaltung! Trag mich! Mach dich! Mach dich! Mach dich! Mach dich! Mach dich fertig! Schnapp ihn hier rein! Hol den Kumpf! Das ist ein Kinderspiel! Wir haben wieder einen Champion! Unser alter Champion ist der neue Champion! Daniel Labusso! Danke! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft!